Herzlich Willkommen bei seinundzwanzigbau.tv Heute mal wieder ein Blick aus dem Milaneo-Gebiet Wir sind hier direkt unter dem Hochhaus LBBW und blicken auf die beiden anderen und dann wieder ein Blick aus dem Milaneo-Gebiet Im Hintergrund, Tiefgaragenzufahrt, direkt von der Wagenladungsstraße, wenn sie so heißt, ich habe es vergessen, Wagenladungsstraße, ja weil das war ja hier mal der Güterbahnhof, braucht es ja auch eine Strasse dorthin, das ganze Gebiet Milaneo ist vor zum Hoppenhof. Und offensichtlich möchte da eine in Feierabend gehen und soll abgebaut werden. Und dafür braucht es einen Helfer, der liegt noch ein bisschen am Boden und damit der auf die Beine kommt, braucht es einen anderen Helfer. Und dann wird er auch noch feuer. Und dann wird er auch noch ein bisschen am Boden geschaut. Und dann wird er noch ein paar Masken, wo es in der Nähe ist. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Zähne Das nur kurz für alle, die Angst hatten, dass der Kran schräg steht. Jetzt aber schnell rüber, da bewegt sich ja gerade was. Das nur kurz für alle, die Angst hatten, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst hatten, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst hatten, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst haben, dass der Kran schräg steht. Das nur kurz für alle, die Angst hat Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020